Das ist unsere Demeter Aronia Saft Bag-in-Box. Was ist eine Bag-in-Box? Das bedeutet, außenrum ist es eine Box aus Naturpappe und innen drin ist ein Schlauch aus lebensmittelechtem Plastik und da sind drei Liter Aronia Direktsaft drin. Das ist eine Monatsration für einen Erwachsenen. Studien belegen ja die Wirkung von Aronia Saft bei 30 Tagen. Deswegen hier diese 30 Tage Ration. 100 Milliliter am Tag, 30 Tage lang ergibt drei Liter. Die sind da drin. Wie kommst du an den Schlauch? Das muss man hier aufmachen, reindrücken, aufmachen. Da drin ist eben ein Ventil. Das tust du raus und dann schaut es so aus wie hier. Dieses Ventil, da kann man einfach dann ein bisschen draufdrücken und dann schon kommt Saft raus. Du hast drei Monate lang nach Öffnung dieses Ventils die Garantie, dass der Saft frisch hält. Das ist das Geniale an dieser Bag-in-Box Erfindung. Denn da kommt keine Luft rein. Es können also keine Keime reinkommen und der Saft bleibt frisch. Drei Monate lang. Aber innerhalb eines Monats solltest du es eh schon verbraucht haben. Die Bag-in-Box ist eine Vorteilspackung. Das heißt, du hast einen Vorteil dadurch, wenn du die kaufst im Vergleich zu Flaschen.